Willkommen Leute, für euch, ich danke euch, dass ihr mir zugeschaltet habt, ich mache ein Parfum Präsentationsvideo, ein Parfum Präsentationsvideo, nicht ein Parfum Präsentationsvideo und zeige euch zwei Parfums und vergleichen sie miteinander. Und zwar, das erste ist Versace Aeros, die Old Toilette Version und sie riecht sehr gut. Sie riecht nach Früchten, sie riecht nach Moschus und nach guten Hölzern. Und das zweite, was ich hier zeige, ist O'Fresh von Versace, auch. Und jetzt werden wir rausfinden, zwischen welchen ich mich entscheiden würde. Wenn ich mich entscheiden müsste, es zu kaufen. Und ich weiß es auch schon jetzt auswendig, welches ich von den zwei wählen würde. Ich würde eher das O'Fresh wählen, aber das Versace Aeros riecht auch gesegnet gut. Und es sind beide gesegnet gute Parfums und ihr könnt sie beide nachkaufen. Versace Aeros, Old Toilette oder Old Parfum Concentration könnt ihr auch kaufen. Und O'Fresh, Old Toilette könnt ihr auch nachkaufen. Das war es schon wieder bei dem kurzen Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, Baba, euer Manuel and Jeroz Titi. Bis zum nächsten Mal. Abonniert bitte den Kanal, wenn ihr ihn noch nicht habt. Und wenn ihr ihn schon habt, danke für die Treue. Wo ich immer sage, welcome to my world, where it's naturally my world. My world of order to die Zeit, so ihr könnt uns in ein paar Feiern oder X3. New releases, brands and sends. Ciao, das war der Sendman. Aber gebt ihm bitte ein Like. Danke. Riecht weiterent, exzellent und stylet euch ein bisschen. Meinen Wunsch an euch.